Ich hoffe, dass ihr euch auch immer freut, wenn beim Gottesdienst etwas nicht so klappt, wie man sich das vorstellt, weil es sind ja die Momente, wo wir das lernen können, was wir eigentlich lernen müssen, nämlich Liebe. Wo wir es lernen müssen, einfach uns über das kleine bisschen Unvollkommene am Nächsten zu freuen und zu sagen, schön, schön, dass Gott in uns eine Leidenschaft schafft, liebere Menschen zu werden. Mich begeistert das am Christsein. Das ist so die eine Sache, die mich vielleicht in diesem Jahr am meisten geprägt hat, zu verstehen, wie wichtig Gott Liebe ist und wie der Rest völlig egal ist. Nichtsdestotrotz möchte ich heute nicht über Liebe predigen, obwohl ich das immer und immer wieder gerne dieses Jahr getan habe, sondern ich möchte im Lukas-Evangelium weitermachen und diesen großen Block, der noch nicht ganz abgeschlossen ist, mit der Überschrift Prioritäten und Opposition zu Ende bringen. Und wir wollen uns heute anschauen, Lukas Kapitel 12, Abvers 54. Mich hat dieses Thema Prioritäten sehr herausgefordert. Vielleicht denkt ihr, naja, der steht da vorne und predigt und der weiß sowieso, was er predigt und das ist für ihn bestimmt ganz entspannt, wenn er das dann predigt. Ganz ehrlich, nein. Also ich habe auch nicht die ganze Bibel immer vor Augen und dann geht man wieder so einen Text rein und denkt sich, ja, und gerade so ein Thema Prioritäten. Ich bin in den letzten Jahren sehr oft alte Autos gefahren. Ja, das ist so, wenn man Vollzeitler ist, dann tun die Geschwister einem was Gutes und schenken einem die alten Autos und man fährt so die letzten 30.000 Kilometer. Und in dieser Zeit muss man dann immer einmal durch den TÜV. Kleiner Tipp am Rande, wenn du ein Auto durch den TÜV bringen willst, lass eine Blondine es vorfahren. Das ist ein Tick leichter. Ich habe mir meine Frau hingeschickt. Und trotzdem war ich, ja, es ist komisch, aber das ist entspannter, wirklich. Und trotzdem war ich jedes Mal überrascht und hoffte immer, dass nicht zu viel gefunden wird. Ja, du fährst mit so einer alten Krüppelkiste, so 250.000 Kilometer da vorne, und du weißt, irgendwas ist bestimmt dran. Und so ging es mir mit dem Thema Prioritäten. Ja, da schaut einer von oben nochmal auf mein Leben und fragt immer, ist da alles in Ordnung? Wie der Kerl, der halt dann mit dem Hämmerchen, wer schon mal dabei war, weiß, wovon ich rede, unter das Auto ist und dann klopft der da so dran rum und denkt, ja, hoffentlich ist das nur so oberflächlich ein bisschen Rost. Ja, und der schaut dann nach, ob das dann durchgeht. Und ich hatte öfter mal Autos, wo das dann durchging, ja, wo man dann danach irgendwo noch ein bisschen was schweißen musste oder so, weil es sonst nicht mehr ging. So ist dieses Thema Prioritäten. Gott klopft so ein bisschen unser Leben an und stellt an den entscheidenden Stellen, ja, also zum Beispiel beim Schweller. Der darf halt nicht durchrosten. An anderen Stellen darf schon mal ein bisschen ein Löchlein, aber das muss stimmen an bestimmten Stellen, damit das Auto nicht auseinanderfällt. Und so gibt es Themen im Leben, die müssen einfach stimmen. Und diese Themen haben wir miteinander betrachtet, die letzten vier Predigten lang. Lukas hat uns das so Stück für Stück vor Augen geführt, hat gesagt, wie sieht es aus mit deinem Hören auf Gott, Martha und Maria, erinnert euch noch. Ja, Martha, die wusel, 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 wusel und Maria, die sich auch mal hinsetzt und zuhört. Wie sieht das aus mit unserem Hören auf Gott? Ist da Zeit? Wie ist es mit unserem Reden mit Gott? Mit dieser angefochtenen Gebetszeit im Leben? Wo wir eigentlich wissen, dass es so Texte gibt in der Bibel wie ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wo wir eigentlich wissen, dass wenn Ehepaare miteinander beten, die Scheidungsrate auf ein Tausendstel herunter geht, von ungefähr 50% auf ein Promille, wenn Ehepaare miteinander regelmäßig beten. Ist doch irre. Wo wir wissen, dass jedes Gebet, was wir sprechen, direkt wie so ein Schieber ist, den wir aufmachen, und dass der Kanal, wo der Segen Gottes durchfließt, in unsere Familien, unser Leben aufgemacht wird. Das ist Gebet. Wir wissen das alles. Und trotzdem müssen wir uns immer wieder, muss ich mir immer wieder diese TÜV-Frage gefallen lassen von Gott. Wie sieht es aus mit deinem Reden, mit deinem Reden mit Gott, mit Beten? Dann haben wir uns die Frage gestellt, wie sieht es mit den Maßstäben in unserem Leben aus? Haben sich womöglich irgendwo falsche Maßstäbe eingeschlichen? Jesus warnt uns ganz dringend vor Habsucht. Umgang mit Geld. Und dann kommt gleich danach das Thema Umgang mit Sorgen. Und das Letzte, was wir betrachtet haben, war rechter Umgang mit unseren Gaben und Talenten. Wie gehe ich mit dem um, was Gott mir anvertraut hat? Und abschließend tut Lukas das Thema Prioritäten mit etwas, was man eigentlich gar nicht Priorität nennen kann. Das Letzte, was Lukas uns jetzt vor Augen hält, und darüber möchte ich heute reden, hat zu tun mit Buße. Buße, das heißt, die umkehrt zu Gott. Und immer dann, wenn die Bibel von Buße redet, dann meint sie nicht dieses Lippenbekenntnis. Man trifft manchmal auf Menschen und kann sie fragen, hast du Buße getan? Oder bist du ein Kind Gottes? Ja, 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 bla, 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 bla. Und du denkst dir, was ist echt an der Stelle? Und ich möchte heute mit euch nachdenken, oder das heißt, Lukas möchte mit uns nachdenken, über echte Buße. Nicht über eine Bekehrung hin zur Gemeinde. Ich habe große Sorge, wenn ich euch sehe, ihr seid so attraktiv als Gemeinde, dass die Gefahr besteht, dass Menschen sich zu dieser Gemeinschaft bekehren. Ich möchte Teil dieser Gemeinschaft sein. Darüber reden wir nicht. Wir reden nicht über Mitläufertum. Ich weiß, was man wann sagen und tun muss. Wir reden heute über echte Buße, über eine Umkehr zu Gott, wo im Innersten mein Herz zerrissen wird und ich ehrlich ein Jünger Jesu werde. Also eigentlich möchte ich euch, weil jetzt werden viele sagen, okay, ich bin ja schon Kind Gottes, ich habe ja schon Buße getan, alles ist gut in meinem Leben. Eigentlich möchte ich euch ein Stückchen die Frage heute mitgeben, wie echt ist das, was du da tust? Wie echt ist deine Buße? Und wenn es unter euch Einzelne gibt, die sagen, ich bin noch gar nicht an dem Punkt, dass ich zu Gott gehöre, ich weiß noch gar nicht, was das heißt, ein Kind Gottes zu sein, Jünger Jesu zu sein, ich glaube, dann ist der Text und der passt super in die Weihnachtszeit rein, ja, Advent, der König kommt und er steht da und sagt, hallo, ich bin da, ich bin gekommen, damit ihr mich aufnehmt. Dass dann der ein oder andere vielleicht heute nochmal nachdenkt, ob es nicht Zeit wäre, zu Gott umzukehren. Lukas Kapitel 12, die Verse 54 bis 56. Jesus spricht hier zu Juden im ersten Jahrhundert. Wir können das nicht eins zu eins auf uns übertragen, aber wir können versuchen, bestimmte Prinzipien zu sehen, die heute noch gelten. Und die ersten zwei Schwerpunkte, die Jesus uns vor Augen malt, das ist einmal die Kürze der verbleibenden Zeit und dann die Länge der Strafe. Ich lese euch das mal vor. Lukas Kapitel 12, die Verse 54 bis 56. Er sprach aber auch zu den Volksmengen. Wenn ihr eine Wolke von Westen aufsteigen seht, da ist das Mittelmeer, so sagt ihr, sogleich ein Regenguss kommt und es geschieht so. Und wenn ihr den Südwind wehen seht, so sagt ihr, es wird Hitze geben, weil der kommt aus der Wüste. Und es geschieht so. Heuchle. Das Aussehen der Erde und des Himmels wisst ihr zu beurteilen. Wie aber kommt es, dass ihr diese Zeit nicht beurteilt? Der Vorwurf, den Jesus seinen Zeitgenossen macht, ist folgender. Ihr versteht sehr wohl, das Wetter vorherzusagen. Da passiert ein bisschen was. Ja, was weiß ich. Es schneit, es wird wohl kalt werden. Das ist nicht schwer. Aber der geistliche Sturm, den wollen sie nicht. Dieser geistlich-moralische Sturm, der gerade dabei ist, sich zu entfalten, den wollen sie nicht beurteilen. Sie leben in einem Volk, was dabei ist, den Messias zu verwerfen. Jeder, der mit offenen Ohren damals durch die Gegend ging, der wusste, dass sich im Hintergrund so eine Anti-Haltung breitmacht. Man hatte Jesus schon auf die schwarze Liste gesetzt. Es war schon irgendwie klar, irgendwann wird er mal verurteilt werden. Man hatte über Jesus gesagt, dass er mit dem Satan im Bund steht. Das waren keine kleinen Vorwürfe, die hier im Raum stehen. Und man wusste, das Volk Israel, wenn Sie so ein bisschen zurückschauen in der Geschichte, wofür steht dieses Volk? Dieses Volk steht dafür, dass sie Propheten verfolgt haben, dass sie immer wieder Dinge falsch gemacht haben und Gott sie dann gerichtet hat. Eigentlich sind die Zusammenhänge ganz einfach. Hier steht Jesus, der über sich sagt, ich bin mehr als Salomo, ich bin größer als der größte Prophet. Und man hätte mitbekommen können, dass das Volk gerade dabei ist, ihn zu ermorden, ihn loszuwerden. Und man kann sich die Frage stellen, wenn wir das tun und wenn sonst Gott immer auf die Verfolgung der Propheten mit Gericht reagiert, ja, was kommt denn jetzt, wenn wir diesen Jesus verfolgen? Vers 57 Warum richtet ihr aber auch von euch selbst aus nicht, was recht ist? Das ist eine Frage. Das ist eine Frage, die Jesus Menschen stellt. Warum richtet ihr nicht? Warum denkst du so wenig nach über dein Leben? Warum lässt dir das nicht zu, dass das, was ganz offensichtlich da ist, dass du da mal einfach drüber nachdenkst? Und ihr merkt, diese ganz moderne Sache, dass man irgendwie nicht nachdenkt über sein Leben. Dass man einfach so vor sich hin wabbert. Nicht als Mensch, sondern wie so, kennt ihr diese großen Schneekugeln, die so den Berg runterrollen? Die rollen halt einfach immer weiter. Die denken auch nicht, die roll, 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 roll. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass viele Menschen einfach so roll, 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 roll. Ich habe so meine Bahn, ja, und ich rolle da einfach vor mich hin. Und ich nehme mir auch keine fünf Minuten Zeit, mal nachzudenken, wo rolle ich eigentlich hin? Was ist eigentlich mit meinem Leben los? Und das ist genau das, was hier passiert. Deswegen fragt Jesus, warum richtet ihr aber auch von euch selbst aus nicht, was recht ist? Warum fängst du nicht an, über dein Leben nachzudenken und einfach mal dich hinzusetzen und über die Prioritäten deines Lebens, über den Zustand deines Lebens nachzudenken und womöglich dir die Frage zu stellen, und darauf will Jesus hier hinaus, ob du wirklich gläubig bist, ob das, was du lebst, echt ist? Vers 58 und 59, denn, jetzt kommt eine Begründung, warum ist das so wichtig? Denn wenn du mit deinem Gegner vor die Obrigkeit gehst, und jetzt kommt nur ein Bild, okay, es geht jetzt nicht wirklich um einen Rechtsstreit, aber es geht um dieses Thema, du musst dich bei manchen Punkten einfach beeilen. Denn wenn du mit deinem Gegner vor die Obrigkeit gehst, so gib dir auf dem Weg Mühe, von ihm loszukommen, damit er dich nicht etwa zu dem Richter hinschleppe, und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener überliefern, und der Gerichtsdiener dich ins Gefängnis werfen. Einfache Geschichte, wenn du was angestellt hast, und der andere schnappt dich und sagt, ich schleife dich jetzt vor Gericht, dann bring es mit ihm in Ordnung, bevor du da ankommst. Weil wenn du da erstmal angekommen bist im Gericht, wenn der Richter erstmal, ich kenne das nur aus zu amerikanischen Filmen, tut mir leid, ja, aber die haben immer so einen Holzschläge, so baff, baff, im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Wenn das erstmal über dein Leben passiert, dann ist es vorbei. Du musst es vorher in Ordnung bringen. Ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Heller bezahlt hast. Jesus spricht zu Israel, und er sagt dem Volk, denkt nach, und denkt im Blick auf Jesus um. Überlegt euch, wie schlecht eure Chancen stehen. Ein paar Monate später, um nur die Geschichte mit Israel zu Ende zu führen, ein paar Monate später, weil sie haben nicht nachgedacht, ein paar Monate später wird man Jesus verurteilen. Man wird ihn an dem Kreuz hängen und abschlachten. Und dann kommt der ewige Richter und spricht Jesus frei. Es findet Auferweckung statt. Und Jesus schickt den Heiligen Geist, das ist ein Beleg dafür, dass all das, was er gesagt hat, wahr ist. Dass er wirklich der ist, der retten kann. Wirklich der ist, der für die Sünden der Menschen gestorben ist. Wirklich der ist, bei dem es ewiges Leben gibt. Und das ganze Volk bekommt eine Zeit der Buße. Noch ungefähr 30, 40 Jahre lang dürfen sie umkehren. und sie tun es nicht. Und was passiert dann? Dann passiert genau das, was hier steht. Sie haben 30, 40 Jahre Zeit, mit Gott ins Reine zu kommen und sie tun es nicht. Und dann, 70 nach Christus, wird der Tempel zerstört. Jerusalem wird zu einer heidnischen Stadt. Und es dauert fast 2000 Jahre, bis sie den letzten Heller bezahlt haben, bis sie zurück dürfen in ihr Land. und ich stelle mir diese Frage, wenn Jesus das so als Prinzip hinstellt für Israel. Wie ist das mit den Menschen heute? Sind wir uns der Dringlichkeit dieser ganzen Frage eigentlich bewusst? Und ich möchte euch die Frage stellen, wo ich weiß, dass die meisten von euch diese Frage für sich beantwortet haben. Ich will einfach nur die Frage stellen, ist die Antwort, die ihr euch gegeben habt, eine echte Antwort? Weil man kann auch diese Frage nach dem ewigen Leben leicht so oberflächlich beantworten. Man kann so ein bisschen für Jesus sein. So 20% für Jesus, damit alle mich toll finden. Das gab es auch damals. Leute, die Jesus erleben und sagen, boah, ich möchte mit dir leben. Und Jesus sagt, ja, aber ich nicht mit dir. Weil du glaubst nicht wirklich. Es gibt Bekehrung zur Gemeinde. Es gibt Bekehrung zu einem halbherzigen Christentum, wo man sich, wenn man das Leben der Leute sich anschaut, die Frage stellen muss, sag mal, was ist denn da eigentlich echt? Und Jesus wird hier an der Stelle so deutlich und er sagt, hey, es ist so eine dringliche Sache, pass auf, du hast nur dieses Leben, um eine ganz, ganz echte Entscheidung für Gott zu treffen. Und wenn du dieses Leben nicht nutzt, dann steht am Ende ein Gericht. Und wir reden dann nicht über 2000 Jahre, wir reden dann über eine Ewigkeit, die ein Mensch ohne Gott verbringen muss. Manche Menschen kommen mit Gott nicht ins Reine, weil sie nicht wissen, dass so etwas möglich ist. Andere sehen tatsächlich einfach die Dringlichkeit nicht ein. Sie haben nicht begriffen, dass ihr Fall so hoffnungslos ist. Sie haben so eine ganz falsche Vorstellung von Gott. Gott ist einer, der wird schon irgendwie, ja, irgendwie wird es in meinem Fall schon anders sein. Irgendwie werde ich schon durchkommen. Ja, ich habe auch das und das und das und das falsch gemacht, aber irgendwie wird Gott schon fünfe gerade sein lassen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass Menschen nicht verstehen, wie viel Böses in ihnen steckt. Weil sonst könnten sie sich nicht für Leute halten, die sagen, naja, wird schon irgendwie reichen für mich. Und solchen Leuten, zu solchen Leuten spricht Jesus eine Lektion über Buße. Lukas 13, die Verse 1 bis 3. Und er sagt, zu dieser Zeit waren aber einige zugegen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Leute sind nach Jerusalem gegangen, wollten Opfer bringen und Pilatus hat sie im Tempel umbringen lassen. Und er antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer vor allen Galiläern Sünder waren, weil sie dies erlitten haben? Glaubst du, dass das besonders schlimme Leute waren, weil die, gerade die halt im Tempel umgebracht worden sind? Jesus sagt, nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso im Sinne von ebenfalls umkommen. Vers 4 Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie tötete. Ja, da stehen Leute vor einem Turm und dann fällt der um und die sind unter den Trümmern begraben. Was ist mit den Leuten? Wir könnten moderne Beispiele bringen. Was ist mit denen, die bei einem Flugzeugabsturz sterben? Sind das besonders schlimme Sünder, dass es sie erwischt? Meint ihr, dass sie vor allen Menschen, die in Jerusalem wohnen, Schuldner waren? Und zwar vor Gott, weil ihnen das passiert ist. Wie interpretierst du die Grausamkeiten des Lebens? Und Jesus sagt, nein, sage ich euch, Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenfalls ebenso umkommen. Wie gehst du mit den Unfällen um? Ja, du schaust Nachrichten und kriegst wieder mit, da ist irgendwas passiert. Ja, was denkst du dann? Sind Menschen, denen so etwas passiert, besonders sündig? Jesus sagt, nein. Aber was Jesus sagt ist, alle Menschen haben eine gemeinsame Zukunft. Wenn ihr englische Anbetungslieder mögt, hört euch mal das Lied Grave Rubber an, Grabräuber. Die Idee ist, alle laufen auf diesen einen Punkt zu, das Grab, den Tod. Und wir wissen, dass das für uns nicht der Endpunkt ist, weil wir Buße getan haben. Und dass es einen Grabräuber gibt, der uns da wieder rausholen wird. Aber hier wird die andere Seite betont, jeder Mensch läuft auf den Tod zu. Der Tod kommt. Es kann sein, dass du auf dem Weg nach Hause in irgendeiner blöden, spiegelblanken Kurve zu schnell reingehst und der Baum nebendran dich umbringt. Du weißt nicht, wann Schluss ist. Du weißt nicht, wann ein Turm auf dich fällt. Wenn irgendeiner dir begegnet, der sagt, ich mach dich jetzt kalt. Du weißt es nicht. Und Jesus zeigt, dass wir dem ewigen Tod, der dahinter kommt, nur durch eine einzige Sache entgehen können. Und das ist echte Buße. Alle sind schuldig, alle laufen dem Tod entgegen, einige trifft es früher als andere, stimmt, aber jeder hat dasselbe Problem. Ich glaube manchmal, wenn wir uns über etwas wundern dürfen, im Leben mit Gott, überhaupt, wenn wir uns über etwas wundern dürfen, im Umgang Gottes mit dieser Welt, was mich am meisten fasziniert, ist, dass Gott so viel Böses ungestraft oder noch nicht gestraft durchlaufen lässt. Wenn mich jemand fragt, Jürgen, warum kann Gott Leid zulassen? Dann würde ich immer gerne fragen, weißt du, warum kann Gott es zulassen, dass du mit der ganzen Schuld deines Lebens überhaupt noch leben darfst? Wie kann es sein, dass ein absolut heiliger Gott dich auch nur einen Tag länger leben lässt, bei dem, was du getan hast, was du denkst, wo du gefangen bist in bestimmten Dingen, die so falsch sind, die so gegen Gottes Gebote sind, wo es in deinem Kopf Neid und Diebstahl und Ehebruch und Mord und Zorn und ganz üble Sachen gibt, wie kann es sein, dass Gott nur einen einzigen Tag dich noch leben lässt? Wäre es nicht viel richtiger zu sagen Schnitt? Und Jesus sagt, da gibt es einen Unterschied, die einen erwischt es früher, die anderen erwischt es später. Aber mach dir nicht so viel Gedanken darüber, was mit denen ist, die es früher erwischt, mach dir Gedanken darüber, ob wenn es dich heute erwischt, ob du an der Stelle auf der richtigen heute zu Ende kommt. Und dann ist genau eine einzige Frage relevant, ob es in deinem Leben echte Buße gibt. Das ist die allerhöchste Priorität überhaupt. Und wenn du dir nicht 100% sicher bist, wenn du nicht weißt, ob die Umkehr zu Gott, die es in deinem Leben gibt, echt ist, dann setz dich an dieser Stelle hin, dann spiel nicht diese Schneekugel, roll, 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 bloß nicht drüber nachdenken. Es lohnt sich an bestimmten Punkten einfach mal innezuhalten und den zweiten Advent zu benutzen, um darüber nachzudenken, okay, wenn ich hier so ein zweites Kerzchen anmache und irgendwann habe ich mal vier Kerzchen und dann kommt ja was, was kommt denn dann, warum ist denn hier was gekommen, warum gibt es Advent Ankunft, wofür ist Jesus in dein Leben hineingekommen. Was machst du damit? Und ich bitte dich, dass du nicht so schnell sagst, ich habe da mal als zwölfjähriger eine Entscheidung getroffen und das war es jetzt. Ich möchte gerne wissen, ob das, was du lebst, echt ist. Ich habe ganz große Sorge, dass viele deutsche Christen eines Tages vor Jesus stehen und Jesus ihnen sagen muss, ich kenne euch nicht, weil sie sich auf irgendetwas zurück erinnern, was irgendwann mal war und woran sie ihr Glaubensleben festmachen. Lass mich dir einen Gedanken noch mitgeben, den wir von hier oben, den hatten ich schon gepredigt, deswegen ihr kennt ihn. Du bist das, was du tust. Du bist nicht das, was du denkst zu sein. Du bist nur das, was du tust. Und deswegen schau in dein Leben, ob du dich wirklich zu dem Herrn Jesus bekehrt hast, ob da wirklich diese Bereitschaft, diese Leidenschaft ist, Jesus zu folgen, zu sagen, Jesus, du bist für mich mein Meister, du bist mein Lehrer, ich möchte von dir lernen. ob da irgendetwas ist, weil die Sorge, die ich habe, ist tatsächlich die, dass Menschen Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst gehen und so wie Israel, bei uns ist doch alles in Ordnung, wir haben doch die richtigen Formen, wir ziehen dreimal im Jahr nach Jerusalem, wir bringen unser Passaopfer, wir haben unser Fest der Wochen, wir machen doch alles richtig, äußerlich, wir beten die richtigen Gebete, wir haben die richtige Bibel, alles ist super und dann spricht Jesus zu diesem Volk und muss ihm sagen, bei dir ist gar nichts in Ordnung, du läufst eisenhart an Gott vorbei, du ziehst dein eigenes Ding durch, du bist nicht vor mir zerbrochen, du lebst immer noch deinen eigenen Stiefel, du willst mich eigentlich gar nicht, du willst mich nur wie so Adventskranz, irgendwann, du brauchst es so als, es soll ein bisschen schummrig schön sein, so ein bisschen weihnachtlich festlich, du willst mich als Hülle, aber du willst mich nicht in deinem Herzen haben, das ist das Problem von Israel, sie wollen irgendwie so viel Gott, dass es nicht weh tut und jetzt tritt Gott in ihr Leben und es tut weh und Gott kommt und sagt, das sind die Prioritäten des Lebens und sie kommen damit so wenig klar, dass sie nur eine Chance haben, sie müssen ihn umbringen und ich möchte gerne wissen, wie oft du Jesus und den Anspruch, den Jesus an deinem Leben hat, ganz konkret, wie oft du das umbringst, wie oft du weghörst, wie oft du nichts mit ihm zu tun haben willst. Vielleicht geht es dir wie den Israeliten, du lebst noch, aber du lebst nur auf Pump. Die Verse 6 bis 9, er sagte aber dieses Gleichnis. Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinen Weinberg gepflanzt war und er kam und suchte Frucht an ihm und er fand keine. Ein Baum in einem Garten. Er sprach aber zu dem Weingärtner, siehe, drei Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine, hau ihn ab. Wozu macht er das Land unbrauchbar? Er beantwortete, das ist der Weingärtner, im Bild hier Jesus und sagte zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn graben und Dünger legen werde und wenn er etwas Frucht bringen wird, gut, wenn aber nicht, so magst du ihn künftig abhauen. Ein Gleichnis über einen Feigenbaum, der da steht, keine Frucht bringt und der nur noch lebt, weil der Weingärtner sagt, komm, gib ihm noch ein Jahr. Und das ist der Zustand jedes Menschen. Wer nicht Frucht bringt, wie Gott sie an ihm sucht, der kommt ins Gericht und der wird abgehauen. Und diese Frucht besteht zuallererst in echter Buße, in echter Umkehrt zu Gott von ganzem Herzen und dann in einem Leben, das Gott ehrt. Zweite Lektion. Im Unterschied zu Johannes dem Täufer, der noch davon spricht, dass die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt ist, wird jetzt der Befehl zum Abholzen gegeben. Drei Jahre hatte der Besitzer auf Frucht gewartet. Wir können überlegen, ob es die drei Jahre sind, die Jesus auf der Erde gepredigt hat. Und er hat keine gefunden. Die Zeitgenossen von Jesus leben förmlich auf Pump. Da ist das Gericht eigentlich schon gesprochen. Und es ist nur Jesus zu verdanken, dass es noch nicht ausgeführt wird. Und das gilt für jedes einzelne Leben. Wenn du lebst, dann nur deshalb, weil Jesus sich für dich einsetzt. Und der dritte Punkt ist, niemand verdient Begnadigung. Niemand. Da gibt es keine, der Baum kann nicht sagen, haha, stopp. Die Vertretung der Feigenbäume in Jerusalem hat festgelegt, dass wir sieben Jahre ohne Frucht sein dürfen. Das gibt es nicht. Es ist ein Recht, dass der Besitzer eines Weinbergs hat wenn er hingeht und sagt, ich möchte jetzt hier Frucht finden. Es ist ein Recht, was Gott an jeden Menschen hat. Du kannst nicht sagen, wer ist Gott? Ich sag's dir, er ist dein Schöpfer. Er ist der, der dich anschaut und sagt, ich hab dich begabt. Ich hab dich so gemacht, wie du bist. Du bist mein Geschöpft. Du bist wunderbar, einzigartig, talentiert. Du bist ein absolutes Original. Und ich hatte Gedanken für dich. Gedanken, die weit über das hinausgehen, was du dir für dein Leben an Segen vorstellen kannst. Ich möchte dich nehmen und ich möchte dich mitten hinein in mein Reich stellen, als jemand, der ewige Frucht bringt. Ich möchte dich so sehr segnen. Ich möchte so sehr, dass dein Leben zu einem Gewinn wird. für dich und für mich. Und Menschen sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Ich will mein eigenes Ding drehen. Ich will diese drei, vier Sachen machen, die mich interessieren und der Rest, ey, was kümmert mich die Zukunft? Und der Punkt ist, was kümmert dich die Zukunft? Ich hoffe alles. Denn die Zukunft, das ist das absolut Entscheidende. Der Punkt, und wir hatten es hier vorhin die Geschichte, mit der Geburt, die kommt. Da kommt die Geburt. Und die Frage ist, wenn du da durch bist und du stehst vor deinem Papa und vor deiner Mama, was wirst du dann in diesem Moment empfinden? Wirst du erschrecken und sagen, Mann, 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 das war ja echt alles wahr? Oder wirst du dann dastehen und sagen, hey, auf diesem Moment habe ich mich mein ganzes Leben lang gefreut? Wie wird es dir gehen, wenn du Gott begegnest? Und ich wünschte mir, dass, wenn ihr heute nicht genau wisst, ob ihr, ob ihr wirklich Buße getan habt, dass ihr das euch nochmal durch den Kopf gehen lässt. Wenn du denkst, ich habe es vielleicht halbherzig getan, dass du nochmal anfängst. Ich bin seit ein paar Wochen bei Facebook. Mann, ich bin so erschrocken, was manche jungen Christen da auf Facebook schreiben. Es ist so ein Trulli-Fax. Es ist so übel. Unwichtig. Aber es ist ihr Herz. Und das ist das Schlimme. Sie zeigen, was wirklich in ihrem Herzen ist. Was sie wirklich beschäftigt. Und es ist so oberflächlich und banal, dass sich an der Stelle mir wirklich die Zehennägel kräuseln, wenn ich das lese. Und es mich zutiefst traurig macht, weil ich mir denke, wo ist das geistliche Leben? Und wenn du selber sagst, ich weiß auch nicht so, wo das geistliche Leben bei mir ist, ich habe eigentlich gar keine Zeit, mich um Gott zu kümmern, dann wäre vielleicht jetzt eine Gelegenheit, darüber nachzudenken, wo du wirklich stehst und mit Gott anzufangen, ganze Sachen mit ihm zu machen. Die gute Nachricht lautet, egal wie lange du gefangen bist von dem Falschen, Gott kann dich da rausholen. Die nächste Geschichte zeigt das so wunderbar. Die Verse 10 bis 17. Er lehrte aber am Sabbat in einer der Synagogen und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte und sie war zusammengekrümmt und gänzlich unfähig, sich aufzurichten. Kannst du dir vorstellen, jemand, der ständig so läuft und nicht hochschauen kann. Und natürlich ist das ein Bild. Es ist ein Bild für Knechtschaft. Wenn du dich beugst, dann hat er ein anderer Macht über dich. Und was macht Jesus hier an der Stelle? Als aber Jesus sie sah, rief er ihr zu und sprach zu ihr, Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Und er legte ihr Hände auf und sofort wurde sie gerade. Da kann jemand wieder die Augen aufheben zum Himmel und kann Gott verherrlichen. Das ist nicht nur körperliche Krankheit, ein Geist der Schwäche. Da steckt etwas Teuflisches dahinter. Menschen sind vom Teufel gebunden, werden dazu gebracht, wie Sklaven auf den Boden zu schauen, zu vergessen, dass es einen Himmel gibt. Und jetzt kommt Jesus in diese Situation hinein und befreit diese Frau. Falko, ich kenne dich nicht. Nicht wirklich. Damals gesehen. Aber wenn das echt war, was vorhin gesagt wurde, dann ist es genau dieses. Weißt du, da schaut einer auf den Boden und sieht den Schmutz und den Dreck und die Kacke den ganzen Tag. Und jetzt wird er frei. Ja? Und richtet sich das erste Mal wieder auf. Und schaut in den Himmel. Das ist das, was Jesus tut. Egal wie lange du da gefangen bist. Egal wie sehr du da drunter leidest. Und dann kommen die Menschen. Ja, dann kommen die Menschen und das darf man aber nicht. Vers 14 Der Synagogenvorsteher aber unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, begann und sprach zu der Volksmenge Sechs Tage sind es, an denen man arbeiten soll. An diesen nun kommt und lasst euch heilen und nicht am Tag des Sabbats. So ein Blödsinn, oder? Also bei solchen Sätzen kommen wir die Galle hoch. Ja? Diese Frömmelnde. Huh? Und ich finde es so schön, dass Jesus an der Stelle einfach ihm zeigt, was für ein Blödsinn er da redet. Und wie falsch es ist, mehr Mitgefühl zu haben mit einem Tier als mit dieser Frau. Der Herr nun antwortete ihm und sprach Heuchler. Bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn hin und drängt ihn? Na logisch. Lässt doch deinen Esel nicht am Sabbat da irgendwo stehen und vor sich hin blöken. Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, siehe, 18 Jahre lang, die war 18 Jahre lang krank, sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats? Das ist die gute Botschaft. Egal wie lange der Teufel dich hat, in dem Moment, wo Jesus in dein Leben hineinkommt, in dem Moment, wo du dein Herz ihm öffnest, wo er dich heil machen darf, in dem Moment bist du wirklich heil. Da kann keine Kraft der Welt sich dem entgegensetzen. Vers 17, und als er dies sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt und die ganze Volksmenge freute sich über all die herrlichen Dinge, die durch ihn geschahen. Wahnsinn! Gott ist ein Gott des Mitgefühls, ist ein Gott, der befreit, ist ein Gott, der zur Buße aufruft und da, wo Menschen Buße tun, ihnen wirklich diesen Blick zum Himmel schenkt. Und jetzt kannst du vielleicht denken, schön, 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 ist ja super. Eine unbekannte Frau in einer unbekannten Synagoge irgendwo am Rand des Römischen Reiches wird geheilt. Na, super. Oder, um dich nochmal zu verwenden, tut mir jetzt leid, das ist jetzt mein Beispiel, ja, ein unbekannter Mann in einer unbekannten Fabrikhallengemeinde am Rand einer großen Stadt findet irgendwie Gott. Super. Tolle Sache. Das hat es richtig gebracht. Ja, das ist in der Geschichte so echt die Umwälzung. Das ist so das, worauf man immer schon gewartet hat. Kennt ihr diesen Gedanken? Warum, warum macht Jesus nicht mehr? Warum macht es nicht schnipp? Und wie so eine Atomexplosion fegt der Glaube über die Welt eine einzige Frau an dem Samstag im Gottesdienst. Super. Die Antwort findet sich in Vers 18 und 19. Er sprach aber, wem ist das Reich Gottes gleich? Und wem soll ich es vergleichen? Ja, was hat es für einen Wert, wenn da einer zum Glauben kommt? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und es in seinen Garten warf und es wuchs und wurde zu einem großen Baum und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen. Jesus sagt, dieser Same der Nächstenliebe, dieser Same, dieses klein bisschen Befreiung, was ich in der Seele eines einzigen Menschen wirke, das wird wachsen. Es wird so groß werden wie ein Baum. Das wird einmal mit seinen Ästen die ganze Schöpfung umfassen und es wird einmal alles befreien. Und wenn ich es runterbreche auf die einzelne Person, das ist das, was mich so fasziniert. Ich weiß, dass wir groß werden in einer Gesellschaft, wo man sagt, der Einzelne ist eigentlich nichts wert. Ich kann doch nichts mehr verändern. Und jetzt sagt Gott falsch. Ein Einziger kann in der Kraft Gottes den Unterschied machen. Ein Einziger macht den Unterschied. Dein Leben ist entweder ein Leben, was auf den Tod zuläuft und danach das ewige Gericht erwartet oder es ist das Leben, wo du dich befreien lässt, den Blick zum Himmel auftust, Gott anbetest und aus deinem Leben etwas machst, was die ganze Schöpfung, den ganzen Kosmos erschüttert. Weil das bist du, der du als Ebenbild Gottes in einem unglaublichen Maß gesegnet, berufen und befähigt bist. Die letzten zwei Verse. Und wieder sprach er, wem soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Es mag sein, dass das, was in deinem Herzen angefangen hat, wenn da wirklich was angefangen hat, dass das, was da ist, dass das so unbedeutend aussieht, dass du sagst, da ist doch gar nichts. Ich kann nichts sehen. Ich bin doch niemand. Und Gott sagt, warte ab. Was vielleicht im Verborgenen anfängt, wie bei so einem bisschen Sauerteig, was man unter viel Mehl, du hast Mehl und du schaust da rein, wo ist denn der Sauerteig? Da ist nicht viel. Da ist so ein kleiner Anfang. Aber Gott sagt, hey, wo ich meinen kleinen Anfang starte, an der Stelle kannst du einfach darauf warten, dass Gott sein Wachstum wächst in dir und von dir aus zu den Menschen hin um dich herum. Kannst du diese Vision sehen, Teil eines sich weltweit ausbreitenden Reiches Gottes zu sein? Kannst du die Vision sehen, dass da, wo du stehst, obwohl du sagst, ich bin doch niemand, ich habe keine tolle Ausbildung, ich habe, was weiß ich, nicht viel Einkommen, vielleicht habe ich noch nicht mal eine Wohnung. Aber kannst du die Vision sehen, dass Gott dich benutzt, um Menschen mit etwas zu konfrontieren, was das Größte und Wertvollste ist, was es überhaupt gibt, nämlich Evangelium, Umkehr zu Gott, Neuanfang mit Gott, dass du unglaublich privilegiert bist, dass du durch den Lidl gehen könntest und sagen könntest, ich bin Kind Gottes, ich bin der Wichtigste hier, das sagt man natürlich nicht, aber du bist es. Du bist der, der hier durch Gegenseite, ich habe das Evangelium, ich bin Teil von diesem Sauerteig und dass du quasi lebst mit dieser Vision, wo kann ich weiter säuern? Wo ist wieder ein bisschen Mehl, wo man reinsäuern kann? Wo kann ich noch ein bisschen hinwachsen? Dass das unsere Vision wird und dass wir nicht schauen auf wer bin ich denn? Ich bin ja so klein und niemand mag mich, sondern dass wir anfangen lassen, uns umgestalten zu lassen. Dass wir mit echter Buße starten, Jesus nachfolgen und dann Teil dieser Vision werden, die Jesus hier hier ausspricht, wenn er sagt, dass das Reich Gottes wie ein Senfkorn oder wie Sauerteig ist, den niemand aufhalten kann. Mein Wunsch an der Stelle für euch, dass ihr eure Prioritäten gerade zieht, okay? Denn sonst werdet ihr dann nicht, das wird sonst nicht klappen. Aber wenn ihr das tut, dann werdet ihr ein Leben leben, was sich unterscheidet von dem, was andere leben. Dann wird man in euren Facebook-Einträgen keine Banalitäten finden, dann wird euer Leben strukturiert werden nach Prinzipien, die draußen keiner kennt, aber die sich wirklich lohnen. wo am Ende Gott sagen kann, wow, was für ein Leben. Und darauf kommt es alleine an. Und das wünsche ich euch. Wir sehen uns zwar noch mal an Heiligabend, aber vielleicht so schon mal im Vorgriff auf die Advents- und Weihnachtszeit. Das wünsche ich euch, dass das Lukas-Evangelium mit diesen Themen euer Leben prägen darf. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020